Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Entschrouded. So, ich bin jetzt von hier geflogen nach... Da soll ich hin, ne? Mit dem magischen Pfeil. Das müsste hier irgendwo in der Nähe sein. Die Frage ist nur wo. 33 Meter in die Richtung? Ah. 19 Meter. Ich hab hier ein paar Gegner erledigt. Standort oben. Wie standort oben? Kein Ernst? Ah, warte mal. Hier geht's ja hoch. Ist es das? Einsiedlerlager. Okay, wo ist der Einsiedler? Oh, da liegt was. Ich kriege ja keine Punkte mehr, wenn ich das lese, ne? Okay. Best abgeschlossen. Ewig durchdringend. Finde alle Handwerks... Wat? Ich hab das jetzt durch. Finde alle Handwerksrezepte. Ah, das ist hier. Und da? Handwerksrezepte. Leuchtet hier irgendwas? Nö. Ähm. Ich hab jetzt den Pfeil gekriegt. Hm. Warte mal. Wir gehen mal nach Hause. Gucken uns das an. So. Dahin, ne? Da haben sie echt, also mit Jump'n'Run, da haben sie mich gekriegt, ne? Das kann ich nicht. Das konnte ich noch nie. Genau wie, äh, PvP oder sowas. Das konnte ich noch nie. So, warte. Ähm, hat hier jetzt jemand... Ah, guck mal, sie. Okay. Äh, die schönen Dinge des Lebens. Nenn mich idle, aber ich vermisse die Mode der alten Welt. Ja, ich auch. Ähm. Können reichen an kleinen Stücke würden. Okay. So. Kann ich jetzt bei ihr was herstellen, was Neues? Ne, ne? Aber, habe ich denn jetzt den Pfeil gekriegt? Das würde mich mal interessieren. Der Pfeil. Hat hier jemand? Wo mache ich denn den Pfeil? Hier? Ne. Äh. Moment. Tagebuch-Quests. Knotenblätter. Prestigekleidung finden. Äh. Äh. Was ist denn der... Warte mal. Wo ist das? Bei... Feld? Ne, wo war das? Warte. So, ich habe es gefunden. Es ist hier. Warum hier die Imkerpfeife nicht durch ist? Verpasste Glutal-Quests. Muss ich die nochmal neu machen? Äh. Imkerpfeife? Habe ich doch. Okay. Okay. Pfeile. Ich kann irgendwo Pfeile machen. Aber bei wem? Bei ihr? Pfeile. Nee, ist es nicht. Muss ich jetzt die anderen Quests nochmal neu machen? Oder kann ich jetzt einfach... Warte mal. Ich habe doch noch einen Bogen. Ich feile mit? Nee. Gut. Dann versuche ich mal, mal einen Bogen zu schießen. Keine Munition. Böööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Gewürz. Gewürz vielleicht dafür? Nee, das ist doch Blödsinn. Wie mache ich denn jetzt die Pfeile? Digga, komm. Wie mache ich die Pfeile? Ja. Ohne Witz. Ich habe das Ding abgeschlossen. Also. Hier. Erzählt er eine Geschichte, in der es von einem scheinbar verzauberten Pfeil getroffen wurde. Untersuche die Gegend und finde die Pfeile. Okay, habe ich abgeschlossen, ne? Ja. Aber. Ich kann sie nicht bauen. Warum kann ich die nicht bauen? Fehlt mir irgendein... Keine Ahnung. Hafe. Sie macht das ja eh nicht, ne? Hm. Also Pfeile mache ich doch bei ihr eigentlich, ne? Hier, Pfeile. Hier ist nichts Neues mit drin. Frage ist, brauche ich... Ähm... Vielleicht hier mit dem Hörser irgendwas? Nein, nicht aufnehmen. Hier irgendwas? Äh... Feuerball... Blitzstrom? Äh... Okay. Okay. Okay, okay, okay. Warte. Ganz kurz. Okay, Leute. Ich bin wieder zurück am Baum und ich hatte hier das Ding gelesen, aber das habe ich total übersehen. Das ist dieser ewige Frostpfeil. Okay, wir können zurück. Ich bin wieder zurück. Hm, Mann... Nicht im Ernst. Okay. Dann ist es halt so, wie es ist. So, jetzt haben wir den, oder? Ist er jetzt im Inventar? Da ist er, ne? Okay. Kann ich jetzt mit Kuh ewig spammen? Ja, ich mache hier alles kaputt, aber das ist nicht so schlimm. Okay, haben wir. Haben wir neue Aufträge? So. Versteckte Handwerksdinger, ne? Okay. Gibt's da... Es gibt keine. Im Schwarzmoor, ne? Das ist hier oben, ne? Ach, doch da. Hier und da. Okay, da geht man da hin. Und versuchen, die Handwerksrezepte zu finden. Okay. So, das wäre dann, äh... Das Ding, ne? Haben wir da einen Wegpunkt hin. Was ist das da? Okay, warte. Okay, warte. Hier oben. Ja. Hm, vielleicht. Noch 180 Meter in die Richtung. Okay. Cheerio. Schauen wir mal. Ist doch nicht schon wieder ein Measma, oder? Äh, doch. 20, 21, 23, 24. Ähm, jetzt geht das schon wieder los. Es ist unten, irgendwie in der Höhle. Gut, 3, 2, 1. Äh, nee. Es müsste... Wie, 10 Meter. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Standort unten. Ich dachte es mir. Es muss Standort unten sein. Ach, Menno. Bedeutet, hier unten ist irgendwo eine Höhle. Erdbeeren. Ham, ham. Äh, ja. Ich gehe mal in die Richtung. Immer weiter runter, aber in die Richtung, ne? 4, 5, 6, 7, okay. Bedeutet, hier unten ist irgendwo eine Höhle. Hm, hm. Okay. 62 Meter. In die Richtung. Noch weiter unten. Och, Mann, ey. Nee, nee, das ist... Nee, das kann es nicht sein. Aua. Okay. 190 Meter, ne? Okay, es muss noch weiter unten sein. Menno. 10, 16, es ist schon wieder... im Shroud drin, oder? Äh, äh, äh. Ja, warum denn? Ja. Ja, es ist hier unten, ne? Nicht mal von aus. Irgendwo hier. Okay. Ich muss in die Richtung, ne? Oder? 1, 2, 1, 0. Ich muss nicht in die Richtung. Oh, Mann. 43 Meter. Uh. Oha. 65 Meter. 59 meter ja schwierig müssen die richtung wieder runter ach komm wie schwierig kann man das denn machen wenn man sieht dass das hier am anfang vom spiel ist ist das voll übertrieben du hast ja keine sachen mit denen du erst mal besser überlebt ich hab's jetzt nicht genutzt aber das muss doch hier lang gehen da vielleicht okay schon wieder in der sackgasse man 47 meter 12 ja es muss sehen wo lang gehen eigentlich bin ich wieder hier ne man das ist nicht gut also muss hier lang gehen nee da wird es größer echt jetzt da ist es vielleicht oben gute frage ist es oben hey im dunkeln bringt ja gar nichts pass auf mach mal die fackel an wo ist die fackel also wo ist meine fackel okay nicht mehr da super mach die mal da hin so 74 meter jetzt müsste hier irgendwie hochgehen ja vielleicht null plan zwei meter Jetzt hier unten irgendwo weiter. Jetzt hier nach rechts irgendwo. Nee. Nein! Boah. Das war knapp. Das war sowas von knapp. Mann, war das knapp. Au! Hau ab! Äh, äh, äh. Boah, das ist hier, ne? Die Frage ist, stand doch Standort unten, ne? Aber ich finde hier unten nichts. Hau ab, Digga! Oh, schunde, ich verprügele dich. Mit meiner Fackel. Oder auch nicht. So. Hier ist nochmal die Miasma-Wurzel, ne? Okay. Muss ich da hin? Ist es das, wo ich hin muss? Echt jetzt? Nee, oder? Wie soll ich denn da hinkommen? Was denn der Typ? Äh. Wie soll ich denn da hinkommen? Wo? Okay. 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 Aber das ist doch nicht das Handwerksrezept. Das ist... Wo ist denn das Hand... Hä? Okay. Ist das hier? Ach Mann. Okay. Warte. Wo ist denn da? gut dann bedanke ich mich fürs zuschauen sie ins morgen übermorgen ist ein gehabt euch gut und